Es ist nicht wirklich fliegen, oder? Also, dann mach dich für heute mal auf ne Großweltjagd gefasst. Oh mein Gott. Ich muss fliegen. Das, äh, kann schrecklich enden. Das war's so ziemlich. Es sind schon iranische Flieger in der Luft. 9,7 auf der Arschzug-Knife-Skala. Arschzug-Knife-Skala. Das ist ja auch toll. Alter. Wir sind hier auf dem Flugzeugträger. Nee, ich hab'n beschissenen Tag, weil ich muss gleich fliegen. Und ich kann das bestimmt nicht. Ich hab Angst. Ich mach' die doch kaputt. Die kosten doch ein paar Millionen. Ja. Aber... Ja, oder fliegst du und ich muss nur schießen. Das wär' natürlich geil. Wow. Bis jetzt steuert er sich noch komplett von allein. Ich muss gar nix machen. Ich glaub' er fliegt und ich muss nur schießen. Oh. Oder nein. Äh, halte dich für einen Katapultstab breit. Drücke E zum Schließen des Kabinendachs. Ja, das machen wir mal lieber. Ich glaub' nicht, dass es gut ist, wenn das offen ist. Shark 4-6, ihr seid Nummer 2. Shark 4-6, verstanden. Okay, weiter im Text. Tipp die Bremsen an und überprüfe Klappen und Vorflügel. Du hast ihn gehört, Hawkins. Klappen und Vorflügel links... Wie, äh, wie geht das? Ja. So. Wie soll ich das überprüfen? Bist du doof? Sag mir doch mal wie. Klappen und Leitwerke links überprüfen. Moment. Da muss ich, glaub' ich, in den Optionen gucken. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Mehr Schub, weniger Schub. Also, wo ist die Bremse? Wo ist die Bremse? Äh, äh, Nachbrenner. Ein Aussteigen, Sekundärwaffe, Primärwaffe. Ja, aber ich möchte die, äh, Klappen überprüfen. Wie geht denn dat? Oh, ja. Ja. Vielleicht erklärt er mir das jetzt noch. Ich guck einfach mal. Ja, wie? Soll ich das überprüfen? Muss ich mich umgucken? Ah, ich muss mich nur umgucken. Rechts? Alles in Ordnung, Kollege. Ich hab zwar keine Ahnung, aber ich sag mal, es ist alles gut. Check, Waffel. Initialisiere HMD, wie wir. Drücke E zur Aktivierung des Helm, HMO. HMD, was weiß ich. Okay. Das ist so ein Head-Up-Display. Entfernt vor. Axel zu Geschütz. Eins zum Auswählen des Geschützes. Linke. Funktioniert. Waffel, Waffel funktioniert. Sieht gut aus. Check Rakete. Zwei Raketen. Soll ich hier jetzt wirklich eine Rakete abfeuern? So fühlt sie gefährlich. Okay. Raketensystem verfolgt. Fährst checken und bereithalten. Äh, X für Gegenmaßnahmen. Aftung, Gegenmaßnahmen sind ansatzbereit. Alle Rüder okay, alle Lampen okay. Der X-Raus ist okay, dann los. Nein, nichts ist okay. Ich will, äh, ich hab, ich... Jetzt. Ja. Dann mal los. Wow. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das nenne ich mal einen Katapultstart. Gott sei Dank muss ich nur zuschauen. Muss nicht selbst fliegen. Boah. Oh mein Gott. Oh, da ist einer neben mir. Moment eben. Es kommt mir ziemlich laut für, aber nee, es passt noch. Also wird schon passen. Kontakt. Ich hab hier zwei Vögel. Höhe 3000. Steigt vom Deck hoch. Sonst werte ich eurer Position. Geht auf Kurs 310. Schauspiel 6, verstanden. Kurs 310. Höhe 3000. Wir zu. Jetzt einreden. Primärwaffe ein. Primärwaffe ein. Gut ist nicht. Okay. Ich wette, ich muss nachher auch selbst fliegen. Oh mein Gott. Wir steigen also anscheinend gerade. Wow. Jetzt sehe ich nichts mehr. Schnauf doch nicht so. Oh shit. Oh mein Gott. Wir müssen uns verteidigen. 212, Shark 46, bestätige einen Niederfallflugzeuge. 2MIG 29, greife auf 6000 Fuß an. Shark 46, verstanden. Los geht's, Rogic. Ja, aber... Was muss ich machen? Uffe! Uffe! Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Gegenmaßnahmen, Gegenmaßnahmen. Oh man, oh man, oh man, oh man. Wann muss... Oh shit, wann muss ich die Taste drücken? Achso, dann... Ah, der schmeißt dann so komische Wärmelraketen ab, damit die Raketen uns nicht treffen, sondern unsere Raketen. Oh, was jetzt, was jetzt, was jetzt, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Habe ich ihn? Ja, ich habe ihn, ich habe ihn. Alter. Da ist noch einer, da ist noch einer. Feuer. Scheiße. Ja, ich habe ihn noch, ich habe ihn noch. Ich lasse mal die Raketen draußen, das wird schon richtig sein. Da ist noch einer. Achtung. Hinter dir. So, Feuer. Den müsste ich eigentlich... Ja, den habe ich. Feuer, weg mit dir. Scheiße. Scheiße. Oh, echt, hier dreht sich alles. Wie flair ist raus. Was soll ich jetzt machen? Komm schon. Oh Gott, jetzt, ich weiß echt nicht mehr, was ich machen soll. Okay, jetzt nehmen wir die Bordkanone. Komm schon, ich muss ihn... Ich krieg ihn nicht. Doch, ich habe ihn, ich habe ihn. Da ist noch einer, oder? Raketen raus. Oh nein, haben es geschafft. Oh Gott, hinter uns. Oh Gott. Scheiße. Oh, komm, 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 komm. Ja, wann muss ich das eigentlich drücken, genau? Die Gegenmaßnahmen. Okay. Ja, ich setze... Oh, scheiße. Es war zu spät. Ja, ich setze die ganze Zeit Flares ab. Mir geht nicht. Oh mein Gott, oh mein Gott. Kriege ich den? Nee, ich muss den mit Raketen abballern. Komm schon, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Komm schon, komm schon. Komm schon, ich muss mit dem Visier weiter runter. Oh, scheiße. Wo ist er? Vor mir, vor mir. Er dreht dich doch nicht so. Du gestörten, ey. Wie soll ich denn da treffen? Komm schon. Ja, ich habe einen, ich habe einen, ich habe mich. Scheiße, ey. Oh, 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 oh. Komm schon, flieg mir in die Schussbahn. Soll ich mir in die Schussbahn fliegen? Ja, so wird das nix. Jetzt, 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 jetzt. Komm, Schuss. Schuss. Jetzt bist du fällig. Ich krieg dich. Feuer. Das gibt's doch gar nicht. Das ist aber gescheit hartnäckig. Wow, wow, wow. Jetzt hat, jetzt hat, jetzt krieg ich ihn. Nein, ich krieg ihn nicht. Nein, ich habe zu früh geschossen. Oh. Komm schon, da muss er fassen stehen. Jetzt hat. Jetzt geht down, du scheiß Vogel, ey. Jetzt hat, ich habe ihn, ich habe ihn endlich. Scheiße. Mein Gott, ey. Er ist down. Oder was? Oder was? Okay. Das war jetzt krass. meine erste Flugstunde, obwohl ich eigentlich gar nicht geflogen bin, sondern nur ein bisschen geballert habe. Was ist das denn jetzt? Ja, und jetzt? Auf Bodenangriff umschalten, wie geht das? Komm, sag mir das. Eins. Schuss. Ja, Bade. Ja, Bade.